Ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar es ist soweit, heute ist der 18. April und ich bin kurz vor der Abfahrt. Ich fahre nämlich jetzt wieder nach Hause für drei Tage und habe dort keinen PC, nichts zum Hochladen. Das heißt, morgen, also heute habe ich schon freigeschalten, wer es noch nicht gesehen hat, heute habe ich schon freigeschalten, dass Enderkids den Assassinen, weil wir fahren so lange mit dem Zug und im Zug kann ich das Video einfach nicht freischalten, weil das irgendwie mit dem Handy nicht funktioniert. Und ja, morgen kommt dann das Kid Morpha und dann kommt dann eben das Kid Morpha, genau, mit einer Sims-Folge und am Sonntag kommt, glaube ich, auch dann Sims an. Und ich nehme noch ganz kurz ein Infovideo auf, also bitte leid sein. Und dann, ja, werde ich gucken, wie ich die Lücken füllen kann, vielleicht werde ich auch irgendein Handy-Video oder so, einen Vlog mal gucken, was wir alles so machen. Ich wollte eigentlich ein cooles Osterspecial machen, das kommt dann vielleicht am Dienstag, weil ich komme erst wieder am Dienstag hierher. Aber dafür, Leute, habe ich da mein Blue Yeti-Mikrofon dabei, also bessere Audioqualität. Und dann geht es auch wieder mit Videos richtig ab. Danke für euer Verständnis, danke, dass ihr immer so kräftig liked und Kommentare schreibt und einfach mich unterstützt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und ja, ich muss jetzt auch dann gleich wieder los, weil ich muss noch ein paar Sachen packen. Also bis dann, tschau. Tschüss.